Liebe Cannstatterinnen und Cannstatter, liebe Freunde dieses Videoblogs, heute geht es mal um das Klösterle. Das Klösterle, das am besten erhaltene, vollständigste erhaltende Gebäude des späten Mittelalters in Bad Cannstatt und wir wissen es nicht genau, weil sonst kaum Bauuntersuchungen an anderen Gebäuden gemacht wurden. Eines der ältesten in ganz Stuttgart mit seinen Teilorten. Dass es aber noch ältere geben kann, ist irgendwie auch klar. Es wurde halt nur nie bislang untersucht. Das Klösterle sah nicht immer so aus wie jetzt seit den letzten 40 Jahren. Anfang der 80er Jahre war es von Hermann Kugler, einem jungen Architekten, vorbildlich restauriert worden, bekam einen Denkmalschutzpreis und heute ist im Unteren auch schon seit fast 40 Jahren eine Weinstube untergebracht. Lange Zeit das Architekturbüro für Herrn Kugler und im Augenblick gehört das zur Gaststätte dazu, der oberen Teil. Genau in dem oberen Teil geht es auch. Wir werden jetzt am kommenden Sonntag, dem Tag des offenen Denkmals, der Verein Pro Alt Cannstatt, dieses Gebäude öffnen und dass man die Innenräume, die zum Teil wirklich sehr interessant sind und in den letzten Jahren kaum zu besichtigen waren, mal wieder sehen kann. Die Führungen beginnen um 11 Uhr im Stundentakt und immer 15 Personen können reingelassen werden. Die erste Führung ist ausgebucht, aber für alle anderen Führungen gibt es noch Plätze. Es wäre schön, wenn man sich anmeldet 07 11 26 70 39 pro alt Cannstatt oder info at in einem Wort durchgeschrieben pro alt Cannstatt.de. Dann werden Ihnen auch schon Uhrzeiten zugeteilt und Sie haben keine Wartezeiten, wenn Sie kommen. Ja, also wir haben jetzt hier dieses wunderbare Gebäude und es ist von 1463 in der Grundstruktur. Man sieht die hölzernen Dübel, die jetzt hier die Konstruktion helfen, mit zusammenzuhalten und hier ist auch so eine Art X-Form. Man nennt es den schwäbischen Mann, also wie ein breitbeiniger stehender Mann mit den Armen auch nach außen und das ist eine typische Form, die es also seit um 1300 hier in unserer Region gab. Das Klößele selber hat seinen Namen um 1600 bekommen, weil es wie eine kleine Anlage war. Es verbannt drei, teilweise sogar vier Gebäude miteinander und hier an dieser Seite können wir noch sehen, dass es hier einen Gang gab, einen Übergang von einem Gebäude zur anderen Seite, wo heute ein Neubau steht, der nach dem Krieg errichtet wurde. Hier sehen wir den schwäbischen Mann oben nochmal oder auch so Teilkonstruktionen und wenn ich jetzt mal ein bisschen nach links gehe, dann sieht man dort die Klösterle Scheune. Diese Seite ist authentisch. Ursprünglich war sie fast dreimal so lange und ging bis zur Stadtmauer vor. Im zweiten Weltkrieg hat die Zeit zerstört und seit 1988 das Stadtmuseum Bad Cannstatt ist hier untergebracht. Das Gebäude selber ist wohl so um 1560, 70. Also jetzt laufen wir einmal ums Klöstere rum noch für diesen Film. Wie gesagt, wenn Sie mal rein wollen, ist das nicht so häufig möglich und wir machen es jetzt mal möglich an dem Tag des offenen Denkmals am nächsten Sonntag. Das ist die Vorderseite, die Schauseite mit einem Erker. Ein Erker, der 20 Jahre nach dem Bau angeführt wurde, also 1483. Später wurden dann auch hier noch Mauerstücke dazugesetzt und das war alles sehr verbaut, als es Ende der 70er Jahre zum Verkauf stand, eigentlich auf Abbruch, obwohl es seit den 20er Jahren auf einer Denkmalschutzliste stand. Man hat damals gesagt, das Klösterle sei ein ehemaliges Beginnenhaus. Die Beginnen gab es in Mitteleuropa seit der Zeit so um 1300. Flandern, Belgien, aber überall eigentlich hatten sich diese Frauen, gläubige Frauen zusammengetan zu einer Art religiösen Wohngemeinschaft und sie waren auch in Cannstatt. 1541 mit der Reformation wurde auch ihre Gemeinschaft hier aufgelöst. Das Gebäude wurde städtisches Armenhaus, aber eben wie wir vor elf Jahren, als wir eine Ausstellung, 550 Jahre Klöster, dem Museum gemacht haben, herausgefunden haben, anhand der alten Kaufbücher, Urkunden, können wir nicht mit Sicherheit belegen, dass die Beginnen hier je drin waren. Während an zwei anderen Stellen es auch noch nach der Reformation und auch noch in den 1570er Jahren hieß, der ehemalig Frauen- oder Bedienendenhaus. Und das steht bei diesem eben nicht. Vielmehr war das hier ein großbürgerliches Anwesen, der sogenannten Ehrbarkeit, die auch ratsfähig war. Und 1576 gehörte es dann einer Familie Wacker, die im Obergeschoss des Erkers eine wunderbare Stuckdecke, eine Renaissance-Stuckdecke eingebracht haben, mit bürgerlichen Motiven und auch ihrem Namen. Ein Mann, der den rechten Arm erhoben hat, nee, ich glaube, es ist, Entschuldigung, es ist ungefähr, der linke Arm und dann halt so zurück, ich bin kräftig, ich bin wacker. Und auch das Datum 1576 steht drauf. Das Klösterle selber hat viele schöne Details, zum Beispiel diesen Kellerzugang, darunter befindet sich ein großer Steinkeller, eher selten, in Cannstatt. Und hier ein Hochwasserzeichen von 1824, ein Hochwasser im Oktober, das überall in Süddeutschland war, mit einem kleinen Nahen hier. Und vielleicht auch einem Haken sind da vielleicht mal die Schiffe angebunden worden. Ich erzähle das manchmal aus Spaß bei meinen Führungen, aber sicher ist das natürlich nicht. Hier haben wir noch die alte Bemalung aus dem 16. Jahrhundert. Ansonsten wird das immer wieder mal neu rot gestrichen. Und hier sieht man auch auf den Balken sehr schön, dass dort die, das heißt, mal verputzt war. Denn im 17. Jahrhundert mussten dann die württembergischen Fachwerkhäuser verputzt werden aus Brandschutzgründen, damit das Feuer nicht so schnell überspringt. Und da wurden halt die ganzen vorher glatten Balken aufgeraut, damit der Putz besser hält. Das sieht man hier. Ja, also eine Weinstube ist hier untergebracht mit einem schönen Außenbereich. Und dann hier ein Übergang, der aus den 1480er Jahren stammt, zeitweise zugesetzt war im 19. und 20. Jahrhundert und Wohnraum. Und dann mit der Restaurierung Anfang der 80er Jahre wieder aufgemacht wurde. Und dann hier eben die Scheuer, die also nur noch die Hälfte oder weniger als die Hälfte der Länge hat, mit ihrem großen Tor, mit einem Schwalbenloch. Und dann, wenn man jetzt hier, kommt man im Erdgeschoss ist, praktisch in etwas erhöhtem Erdgeschoss, ist die Weinstube. Und drüber ist eine Bohlenstube, der Repräsentationsraum des 15. Jahrhunderts. Und auch hier im Museum selber, das am Sonntag auch aufhaben wird, wie jedes Wochenende, kann man einen Raum sehen, der aus den 1480er Jahren stammt. Ein Einzelraum hier oben im Obergeschoss des Museumsbereichs, der zum Teil früher ausgemalt war. Ein Stück der Ausmalung kann man dann im Klösterle selber sehen. Also wenn Sie kommen möchten, kommen Sie. Nehmen Sie vielleicht Wartezeiten in Kauf. Wenn Sie sich vorher anmelden, umso besser. Alles Gute für Sie, bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Schulze. Nein, hier ist noch was Besonderes. Sie sehen hier so Zeichen, die aussehen wie römische Ziffern. Und das sind die Zimmermannszeichen, die dann jeweils einmal eine Seite markieren, mit diagonalen Balken und dann vielleicht den ersten und zweiten und dritten Balken des Fensters. Also so konnte man das dann entsprechend gut wieder zusammensetzen, nachdem man es mal einmal aufgebaut hatte. Ja, also wie gesagt, wenn Sie Lust haben, dann kommen Sie doch wirklich mal vorbei. Es ist eine sehr seltene Gelegenheit, dieses wirklich interessante Gebäude einmal im Inneren zu sehen. Und vielleicht sieht man sich dann am nächsten Sonntag. Ihr Olaf Schulze